Das weiß ich nicht Wobei, das ist doch schön Für ein Schlafzimmer Konnt nimmer So, das Zimmer noch von Quicknick Wobei, die Farbe auch Geht auch Bisschen abstrakt, aber es geht schon Jetzt haben wir ganz gut Geld verbraten Aber hilft nicht So, wir brauchen noch ein bisschen Einrichtung Ich schaue noch ein bisschen laut aus Beistelltische Der kann man auch ein Nachtisch-Fütterung Versteckt am Bett So, da kriegt er noch Ein Lampenball Die Lampenverehrung Wobei, warte mal Wenn wir sie so machen Mein geschickt er Der funkelnde Funzer Oh Gott Wann ist er vorb Nimm das, ist ja wurscht Schaut so ähnlich aus Wobei, passt das? Eigentlich nicht Lass, ich lebe so Lass, ich lebe so Du schaue noch mit den Lampen Du schaue noch mit den Lampen Du schaue noch mit den Lampen Und da fehlen wir auch noch Warte mal Da fehlen Fenster So, wieder mal Symmeterisch dahin Also, da waren zwei, gell Da wollte ich keins haben Weißt du Na ja, ehrlich gesagt Schaut ein bisschen blöd aus Dass die doof ist Na gut Ich meine, ich kann die gehen dann Weißt du nicht Da habe ich Rohmert Na duschen rein hinzuziehen Da meine ich Kann da bis hin werden Wobei, da hinten ist der Mick Eine Dusche Die simpel Dusche Die simpel Dusche Die simpel Dusche Sind die gleiche Revue Ah, Bär Die vorbein Moin weiß ich das Oh, Gottes Willen Warte mal Warte, da bin ich Meine Bastelbank Sind die Frage Steht die hier einer Oder Wer los ist draußen vom Haus Wobei du erinnert, ha? Bissi sperrig Ich sag mal Wie wär's doll Dass man im Gesicht Jetzt raufkommt So, der Krempel Vor der Haustür Denn wie wär's mit da hin Wie gesagt Den Gott machen wir später So, das war Cracklin Meinen Grill Den stehe ich da hin Ein Briefkasten Nuckel die durch Da meine ich Steht ja gut Zeitportal 435 Simoleons wert Los hinterm Haus Ja, der Weg da draußen Im Grunde sind wir schon fertig, oder? Dein ich sagen Ich muss bloß noch ein bisschen einrichten Da wir runden Passt auch, oder? Jetzt einmal Das kann man sich immer noch ein bisschen Abpassen Bei mir da auf So, mein Essen ist bloß so wie Du schaust noch so aus Die machen bloß einmal gut Die stört keinen Mein Diplom Steckt euch Und es fällt dann gerade noch ein bisschen Deko Aber es können wir nach und nach Das ist auch ein bisschen Deko Das war das wird drin gleich stechen des graus da ist schon mal nicht löschtool folgt nur auf, nimm oder? nimm so ganz Unkraut so ein bisschen natürlich ausschauen aber, da raus da moment weder ein Pflaster raus oder ich sprühe mal was ich sag nur dazu wobei, ein bisschen schief nein man, soll das sein ich wollte doch der Montevista-Stein der ist gut so, was sagt nur dazu? für das erste konnte es losen, oder? ich meine, hier raus möchte ich ihn nochmal umbauen bitte auf, bisschen Erde hey das Trampelpfad da ein bisschen sieht das da genau so meinst Auge ist damit und dann habe ich gerade noch Dichter Dichter meine Endfahrt ich weiß nicht, bloß das Auto da stehe schon, oder? ich glaube da steht es ganz gut und dann beim jetzt kann ich gerade noch zum Abschluss in der Außenbeleuchtung aus dem Landbeleuchtung aus dem Landbeleuchtung aus dem Landbeleuchtung da raus oh Gott, ist auch das sind Bodenleuchtung das sind Bodenleuchten Türmchen wobei, fahrt ein bisschen zu ich muss mal so, he Kommen Sie das so losen? Schuhe, du siehst dich. Oh, Bier. Meine Versate. Deine Speis. Weck das. Ich dachte mir so, wie Homs. Schuhe, du, so können wir es losen. So, schau, da gibt es ein neues Haus aus. die bayern dass jeder oder bett zudem nur bloß für erweiterungen du solltest da hinten ein fenster könnte man da reinhauen und das meine können wir noch erweitern dann haben wir mein Platz du solltest waschbecken haben wir da was besseres das haus besetzt ein waschbecken also das ist das gleiche was kostet das 290 wobei es geht nimm das da und das wirf ich da her nimm das ok freunde ich würde sagen wir haben es nimm das wir sind fertig ok leute und dann würde ich sagen beim nächsten mal geht dann mit dem neue haus weiter bis dann und sehr weiter und sehr war es Untertitelung des ZDF für funk, 2017